Hopp, 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 das kann doch schneller gehen. Ja, mein Name ist Carsten, ich bin sowas wie der Drill-Dieter hier im Kiez. Ja, seit wir unser Altglas nicht mehr direkt vor der Haustür oder im Hof entsorgen können, da habe ich dann hier, wie man sieht, unseren kleinen Verein gegründet im Kiez, die Turbine Altglas. Und jetzt treffen wir uns regelmäßig zwei, dreimal die Woche und bringen das Altglas weg, aber sportlich. Eins, zwei. Bei uns gibt es natürlich verschiedene Disziplinen, eine davon ist Bottle Battle. Regina, das war jetzt euer Grünglas, ne? Musst du noch mal eine Runde drehen. Und zum Schluss, das machen immer alle sehr, sehr gerne, spielen wir dann eine Runde Glaskettball. Und das Schönste kommt natürlich am Schluss, dritte Halbzeit, Reste trinken. Und nächste Woche wieder einschalten, wenn es heißt, fit for fun.